Bumbies Manchmal ist Ablenkung die beste Medizin Doch es ist nicht immer ne Lösung ganz einfach zu fliehen Hier und da muss man sich auch mit Problemen auseinandersetzen Und auch wenn diese alten Wunden aufreißen und uns noch immer verletzen Und ich weiß wie der Schmerz sich anfühlt Und wie es ist wenn die Wunde erst heiß wird und dann wieder abkühlt Und ich weiß wie der Schmerz sich anfühlt Und wie es ist wenn die Wunde erst heiß wird und dann wieder abkühlt Is it possible to heal? I'm looking for something to feel I need my medicine otherwise I could die I need my medicine I'm a passion for life I need my medicine otherwise I could die I need my medicine I'm a passion for life Kann man das hier ganz kurz verarsten? Nein denn viel zu viele arbeiten sich mit nem Schraubenzieher in deine Wunden rein Und stochern darin rum bis das Blut nur so spritzt Oder der Knochen sich in der Mitte spaltet und bricht Kann man das hier ganz kurz verarsten? Nein denn viel zu viele arbeiten sich mit nem Schraubenzieher in deine Wunden rein und stochern darin rum bis das Blut nur so spritzt Oder der Knochen sich in der Mitte spaltet und bricht Is it possible to heal? I'm looking for something to feel Is it possible to heal? I'm looking for something to feel I need my medicine otherwise I could die I need my medicine otherwise I could die I need my medicine, I'm a passion for life I need you to heal, I need myself to be alive I need you to heal, otherwise I won't survive I need you to heal, I need myself to be alive I need you to heal, otherwise I won't survive I need my medicine, otherwise I could die I need my medicine, I'm a passion for life I need my medicine otherwise I could die I need my medicine otherwise I could die I need my medicine I'm a patient for life